Auch bei der Plenarsitzung des Südtiroler Landtags im Februar stand die Covid-19-Pandemie im Mittelpunkt. Die Sitzung wurde von den einleitenden Statements von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann eröffnet. Die Lage ist angespannt und es wurde der erste Fall der neuen Virusmutation festgestellt. Man werde weiterhin die Lage genau beobachten und nur wenn notwendig einen weiteren Lockdown verhängen. Dieser Fall ist leider eingetreten. Die Bevölkerung wurde nochmals eindringlich angehalten, alle Covid-Regeln einzuhalten. Man hofft auch, dass die Impfung der über 80-Jährigen die Lage etwas entschärfen kann. Nachdem die Opposition nochmals die Wichtigkeit der Beihilfen unterstrichen und eine klarere Kommunikation verlangt hat, unterstrich Landeshauptmann Stellvertreterin Waltraud Degg den vollen Einsatz der sozialen Einrichtungen, welche eine doppelt so hohe Anfrage an Mietbeihilfen bewältigen müssen. Landeshauptmann Kompatscher hat auch über die Verhandlungen mit Rom berichtet, Schulden aufnehmen zu dürfen und Landesrat Philipp Achammer berichtete, dass man über Beiträge für Umsatzverluste über 30 Prozent oder Kreditstützungen für mittelständige Unternehmen nachdenke. Immer mit dem Ziel, bestimmte Gruppen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, zu unterstützen, hat die Regierungsmehrheit bestimmte Anträge der Opposition mitgetragen und angenommen. Zu dem Antrag der Grünen den Leitservice der Schulen, welcher den Schülerinnen und Schülern Geräte für den Unterricht zu Hause zur Verfügung stellt auszubauen und auch didaktische und technische Unterstützung anzubieten und die zwei Anträge des Team K, Umschulungsmaßnahmen für besonders gesuchte Berufsbilder zu fördern und Abwasseranalysen zur Erfassung von SARS-CoV-2-Infektionen auszubauen, so könnten Infektionsherde frühzeitig erkannt werden. Die restlichen Anträge der Opposition wurden abgelehnt. So der Antrag von Alto Adige Necuore Fratelli d'Italia zur Aussetzung der Kfz-Steuer für 2021, jener der demokratischen Parteibürgerlisten zu Investitionen in den Schulen, der der freiheitlichen zum Immunitätsnachweis als Strategie zur Pandemiebewältigung, jener der Fünf-Sterne-Bewegung für einen nachhaltigen, sicheren und digitalen Tourismus der Zukunft und der Antrag der Südtiroler Freiheit für Covid bei Hilfen für Unternehmen wie in Österreich. Die Mehrheitsparteien haben zwei Anträge eingebracht und angenommen. Der Antrag der SVP fordert die Landesregierung auf, nicht invasive Tests für Kinder und Jugendliche, darunter den Speicheltest, zu fördern. Der Antrag von Lega Salvini Alto Adige Südtirol betrifft hingegen die Schaffung eines Zentrums für die Rettung, Erstversorgung und Pflege von Wildtieren.